Was nennt man ein Chipbox, Failing Chipbox? Was zum Teufel fällt dir ein, du Scheißaufzug? Ihm fällt ein, scheiße zu sein. Was zum Teufel soll der Mist hier? Geht aber. Der hat die Kuh gemacht. Jetzt keines geht auch? Nein, nein, ich will den Wald schon jetzt schaffen. Ah, schön, noch einmal. Gut. Ja! Und jetzt? Ja, nächster Checkpoint. Hüpf, wüpf, wüpf. Shit. und so was nennt man einen Marktable kann ich das ohne Ding springen hoffe ich mal ja ich kann es ohne das Ding springen und ja ich hab auch noch geschafft und ja nächster Checkpoint und die rote Farbe erlangt oh mein Gott ich bin so awesome ist das wirklich alles das ist ja das ist ja ein Sprung um glaubt das ist jetzt nicht schneller als ich das ist einfach besser so wo in der Alter Alter Verwaltungen okay dann weiß ich auch was ich hier wird und darf ich mich selbst moden ich will wieder da laufen nicht alles von neuem auch um Nähnchen Nähnchen wenn du willst auch so dass der Buskehlen aber um so macht das selbst noch gut 5 und Checkpoint ins Gefahren und sitzt und so hochmatscht da hat man so eine perfekte Scheiße wie soll ich diesen Moment machen ein so wie du machen musst ja kommen aber hallo ich hab's geschafft ich will auch eine extra Portion Grün für Posten aber ich hätte bisher ich hätte gern bisschen er mehr vom roten nein ein verdammt so Kiel ich hoffe zu der Sprung sieht nicht so aus ich hoffe es nicht dass mich darum verpfeffert wird um ja du dumme Plattform mich hat schon zu gepfeffert nein was zum Teufel nur zum Glück war es nicht so zu Orson schon wieder 8 Prozent bis an die schon im Zug haben wir gewesen nein Alter Verwalter namens Walter so kommt ein Prozent er wie komme ich jetzt nach hoch keine Ahnung mehr so ein Dekaten was eine Sondi Kacken du musst komm jetzt hoch 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 oben am Himmel boah man ich soll jetzt erst mal ein bisschen mehr von diesem und zu Wurde ja klare ja der Kassel es da wird jemand eine Stunde dauern für ein Spiel ist ein halbes Nein, nein, oh man Ich hing gerade auch an so einer fucking Stelle fest Ja, jetzt bin ich oben und Nein, verdammte Scheiße nochmal Du musst auf diese Scheißleiter gehen Du hast dir echt ein schlechtes Spiel für Let's Race ausgesucht, muss ich schon sagen Obwohl ich eventuell gewinne, wenn ich die Stelle jetzt endlich mal gebacken bekomme Komm, spring wieder hoch Nein, nicht drunter fallen, du Nuss Nein Ja, endlich So, ich mach mich wie Selbstmorden Das heißt, eventuell gewinnst Gewinnst sowieso, ganz sicher Ja, ich hab den Jump hin gekriegt Jump to the left and jump to the right, jump, jump Nein, 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 nicht verdammte Scheiße nochmal, nein Was ist denn jetzt? Ich hab endlich diesen verfickten Jump geschafft Komm auch ziemlich weit Und dann Bemerke ich nicht, dass ich zu blöd für das Scheißspiel bin Was, du bist zu blöd? Ich bin zumindest zu blöd für diesen dummen Jump Ich auch Zu blöd, um Mein, ein Selbstmord Okay, das kann jetzt noch heiter werden Du mach dich Immer auf blau wechseln Nein Ey, wenn du mein Video sehen willst Nein, 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 verdammte Scheiße Boah Nein, ich darf den ganzen Scheiß noch mal Ah, wenigstens Also wir machen es Machen wir es in Part Also ein Part pro Tag Also wenn du fertig bist, will dich abbrechen Ne, du musst fertig spielen Ja Ähm Ja zu tun ist weil zum Beispiel ist es nicht mehr muss er denkst du in keine Ahnung beim Wettbewerb wenn der erste durchs Ziel gegangen sind denken sich die anderen Minderl Möbel auf kann sich hier in den Wiesernst zu 1 1 ich habe Scheiße die aber wenigstens kein Game O doch dem Oberbett in dem Fall ist besser Mann noch Mann und Mieter nachher ein Mann 6 zum Flennen noch sehr gut Karmel kreis geht es vor allem wenn du von der Decke herunter hängst und dann plötzlich runterfällst und sich dann alles bei dir dreht das ist so Orson die wird extremst schwindelig ja ich hab's geschafft Ole Ole Lalalalalalalalala aber noch nicht leider noch nicht level das ist man von mir erwarten kann doch kein Zocker Skills weil die mein Tech Video erwähnt wurde ja ich hab's level ich hab das gottverdammte level lalalalalala ich bin bei den Credits ja ich hab's geschafft und ich sing schon wieder obwohl ich es nicht kann ja okay dann war es das jetzt erst mal von meinem Beitrag zum ähm Let's Race Tech ähm Paint of Power of Paint und ich hab das geschafft lalalalalala äh die Scheißspiele hab's noch ausgesucht was wir für ein Spiel aussuchen denke es ist geil ich werde jetzt noch ein bisschen ja ich werde hier noch ein bisschen eben Bonus-Levels vom Cruisen ähm beim Amt amtesten war ich ja noch besser da war ich schon zugespielt wenn ich noch mal ganz gut komm ja nicht mal nein 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 na auf oh mein Gott da ist ein Gesicht an der Seite Special Tanks my mom my dad schmeißt es da mein Friends und wen juckt es an wen er danke schreibt den Spiel zwar cool aber mich juckt es jetzt ehrlich gesagt nicht oh yeah doch nicht wenn du ein Let's Playwort ähm ähm ja ich das stimmt weil sonst wirst du nicht kratzen und kann sich nicht mehr auf die Commentaries und aufs Spiel konzentrieren stimmt auch wieder nur uns noch so er findet mit seiner Nase Nose 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 ja egal ich bin ich dann mal also ich bin mir dann mal die Aufnahme sagt danke an alle Zuschauer und sage Marc viel Spaß bei Castlevania ist es schwer ähm ja ein bisschen ein bisschen wer als Kaiser M9 in Kaiser dass du nur einmal getroffen werden in Kesselvania zweimal den Spaß aber kannst auch bei erben Kreis und zweimal getroffen werden werden wir nun Pilsas Mario ja ich könnte jetzt mal die Aufnahme ab oder beende sie besser gesagt und wünsche ich viel Spaß das kommt hier beim anschauen tschau tschau tschau